yo servus leute seid herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal wir reagieren auf ich darf das making of shirin david wir starten sofort rein für alle die noch neu sind diesen kanal noch nicht abonniert haben ihr habt alles richtig gemacht wir starten rein let's go ich bin dieses jahr das an mashallah die erste mal meinem ersten richtigen set es ist unglaublich ich meine wie sexy sehe ich aus wie gruselig sieht sie aus realtag 1 bis 10 eine starke 15 hallo liebe zuschauer mein name ist war die junge du weißt schon wie ich heiße und shirin david hat sich so gefreut sich hat gesagt wenn du kommst dann mache ich musikvideo aber bitte kontrolliere alles deswegen muss ich alles kontrollieren ich muss kurz eine sache sagen und zwar habe ich ja mitbekommen irgendwie die single ich darf das ist ja hat ja sie hat ihren eigenen rekord gebrochen bei der rekord war ja bei kippim respekt auf 1 gechartet stark einfach nur sage einfach nur maschallah und sonst sagt nichts also leute erster tag war ein flop da muss müssen reinkommen ich hoffe es wird gut weil warum wir hier ich weiß es nicht ok wie geht wie war der dreh du bist schon müde oder woher kommst du jetzt ich habe gesagt warte ich drehe musikvideo weil du comeback machst weil ich so weil du sich so freust ich habe immer stuhl dabei du bist super gastfreundlich ich durfte jetzt halbe stunde bei deinem hund schillen war geil wir haben kennengelernt also ich weiß gar nicht ich verstehe gar nicht wo ist problem das geht auch nicht ich habe dir gesagt du musst diese bank fixieren für shirin david du weißt schon über ihre proportion sie braucht das feste ja hast du keine fliege geschluckt bei mir ist sowas passiert ich bin einmal fahrrad gefahren superschnell direkt bine in den mund und kaputt weißt du muss schon sagen sieht sehr sehr wild aus also der bruder meine ich ne siehst du sie wiederholen meine choreographie ich habe ihr das beigebracht eine ich darf das musikvideo sonst steht hier nichts krass ne dass sie das ganze musikvideo so gecancelt hat ich muss echt sagen stark er hat sie wirklich meinen respekt verdient weil das zeigt mir so krass dass sie einfach hinter ihrer qualität ihrer qualität steht und es muss wirklich für sie perfekt sein vielleicht perfektionisten ja kann man so sagen aber trotzdem das zeigt dass sie die qualität rausbringen will ich muss sagen ich fühle mich heute noch nicht so ganz wohl wie sonst denn hier stehen so zwei securities die ganze zeit die auf meinen schmuck aufpassen denn ich trage heute unfassbar teuren schmuck von bulgarie und ich habe den preis nicht mehr im kopf aber ich weiß dass da eine 7 und noch eine 0 und noch eine 0 punkt und noch eine 0 noch eine 0 und noch eine 0 dahinter stand also also 70 millionen spaß ich bin ehrlich habe harte kopfschmerzen heute mir geht es auch heute nicht so gut ich habe die letzten vier tage kaum geschlafen wir gehen heute das musikvideo nach beziehungsweise das 2 zu ich darf das erste wurde leider gecancelt weil es weder so aussah wie ich das video sah nicht aus nach mir das video hat 0 zum song gepasst es hat einfach leider alles nicht so funktioniert und deswegen bin ich muss sagen aber es gibt ihr recht weil dieser autoszenen ich darf das und er die szenen die man da jetzt vorher gesehen hat mit wie sie in so einem lokal reingeht irgendwo reingeht und so und diese autoszene in der in einer garage so fand ich auch hätte nicht so zum sound gepasst sollte ich hier und dreh heute das video nach ich lasse mich einfach überraschen ich darf aber nicht so lang laufen lassen hast du schon mal daran gedacht ich muss jetzt hier pause drücken und irgendetwas zwischendurch labern so jetzt können wir weitermachen damit einer story direkt in die zeitung möchte ich auf deinem album sein du fragst doch absagen geben ich darf das aber aber wild wildes single und auch krasses video gewesen muss man schon ehrlich zugeben man kann es mögen oder nicht ist geschmackssache aber wenn jemand sagt dass sagt dass da keine qualität hinter steckt dann lügt diese person warum ich habe ein bisschen zu viel gemacht die letzten zwei wochen und das problem ist du schaffst zwar viel aber du schaffst diese besonderen sachen nicht so perfekt aber ich kann jeden tag schlafen mal freue ich mich sehr und ich ziehe jetzt durch jetzt muss es wieder tatsächlich entschließbar so hier wird das transportiert damit alles seine richtigkeit hat und sicher zu behalten dankeschön schön feier auf zweites set mein espresso hat gut gekickt das geht wieder viel viel besser mal gucken wie es jetzt ab weißt du diesen dieses video muss ich jetzt schon dieses bild passt einfach mehr als dieses bild leute vergleicht mal das hier und denkt jetzt kann es sein dass sehr sehr ihr lieblings wort ist ich glaube dass ihr beide neben mir ihr müsst mit mir mitgehen guck mal so krass ne sie ist so voll dabei sie sagt wie die anderen stehen müssen sie sagt wie das alles aussehen soll und so video auch bei shireen david also wirklich respekt wir haben jetzt keine ahnung wie viele takes noch sagen die mädel sind warm wenn ich nicht den höchsten cast ausgewählt habe da weiß ich auch nicht wir haben jetzt noch das zweite set und danach haben wir noch ein set und das wird richtig wild das war gerade so kleiner vorgeschmack wie weit wird es richtig das beste video was jemals gesehen habe guck sie einfach gleich an digga freunde der sonne es ist ok also an die szene kann ich mich gar nicht erinnern war das auch im video weiß ich glaube anton hinter der kamera kriegt seine augen kaum auf so wie ich in meinem letzten genau das meinte ich seine augen gingen ich habe ihn noch nie so müde gesehen kennt das ja gleich schon da haben ich und mein team also meine assistentin anton der kamera mit mir zuhause und wir haben einfach ins farbe genommen und mit meinem budi herzen gemacht weiß ich was das für ein gemälde wird vielleicht ins ultra angelegt vielleicht ins ultra zu ihm und wir werden sehen sind das alles beats vom album weil hört sich schon nice an ich habe morgen um 12.00 Uhr die tv-show ich muss dahin kommen pünktlich ich muss die farbe aus meinen haaren bekommen ich muss fit aussehen also leute es ist wirklich fast geschafft ihr seht wir sind am ende es ist kalt außen geht einfach schon die sonne auf es wird einfach hell let's play es ist vorbei 5 Uhr morgens boah bis 5 Uhr morgens ein video gedreht also real talk die ganzen rapper und rapperinnen drehen kurz eine stunde zwei stunden video zack zack flexen vor irgendwelchen autos oder so aber das ist wirklich das ist wirklich krass also größten respekt da verdient also ich muss einmal ein dank aussprechen an diesen übrigens 1 96 großen kunden dafür dass er innerhalb von sieben tagen den kompletten team dieses video hier möglich gemacht hat danke diana anton halle scherwin farhat oh mein gott ja ehrenmann unfassbar es ist einfach gerade hell geworden draußen war auf jeden fall ein nice ap da ich bin sogar angemeldet sprich wir können ein diesmal ein daumen nach oben geben so zack und hier seht ihr wie wie lach majun eingepackt wird ob ich darf ja ich darf da okay das war's Leute muss ich sagen war war noch mal wild zu sehen wie viel qualität wirklich dahinter steckt also sie ist mit 110 prozent dabei mit 1000 prozent dabei verdient wirklich wenn jemand wenn jemand so krass auf qualität legt hat er es auch verdient auf 1 zu gehen und rekorde zu brechen meiner meinung nach das war's so ein wildes video vor allem sie hat ein ganzes video gecancelt und auch eins aufgenommen real talk größten respekt verdient das war's macht's gut haut rein und ciao